Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu einem weiteren Infovideo zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Noch gut zwei Wochen, dann ist es endlich soweit. Transom World 3 wird am 6. September 2022 veröffentlicht werden. Die Vorfreude auf dieses Spiel ist bei vielen riesig und viele können es kaum erwarten, endlich das neue Transom World 3 zu spielen und die drei neuen Strecken zu erkunden. Doch einige fragen sich auch, was geschieht denn eigentlich mit dem Content der Vorgängerspiele Transom World 2 und Transom World 2020? Ne, hat sich ja schon eine gewisse Anzahl an DLCs angesammelt. Aktuell existieren für das Vorgängerspiel Transom World 2 insgesamt 56 DLCs, zuzüglich noch der drei Strecken des Basisspiels, also die amerikanische Sandpatch-Grade-Strecke, die deutsche Strecke Köln-Aachen und die Londoner U-Bahn Bakerloo-Line. Viele fragen sich, was wird denn nun daraus? Können die DLCs mitgenommen werden? Und Entwickler Dufftel Games machte dazu folgende Angaben. Es wird in Transom World 3 möglich sein, die früheren DLCs der Vorgängerspiele Transom World 2 und Transom World 2020 zu spielen. Spielerinnen und Spieler, welche die DLCs bereits für die Vorgängerspiele gekauft haben, können die alten DLCs in Transom World 3 kostenlos importieren und herunterladen. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass dies auf der gleichen Plattform, zum Beispiel PC, Playstation oder Xbox, geschehen muss und vor allem auf dem gleichen Account, zum Beispiel beim PC auf dem gleichen Steam-Account. Eine Add-On-Übertragung über verschiedene Plattformen, zum Beispiel von der Playstation auf die Xbox oder von dem PC auf die Konsolen und umgekehrt, wird nicht möglich sein. Voraussetzung ist, wie gesagt, derselbe Account und die gleiche Plattform. Laut Entwickler Dufftel Games sollen auch zum Start von Transom World 3 am 6. September 2022 alle DLCs, welche auch für Transom World 2 erhältlich sind, am Releasetag spielbar sein. Eine Ausnahme bildet das DLC New Journeys Expansion. Dieses soll kurze Zeit nach dem Release von Transom World 3 verfügbar sein. Hier handelt es sich um ein Erweiterungspaket mit zusätzlichen Szenarien sowie zusätzlichen Lackierungen für das Basisspiel Transom World 2. Einige fragen sich natürlich, was geschieht denn mit den drei Strecken, welche das Grundspiel von Transom World 2 beinhaltet. Also die amerikanische Sandpatch-Qualt, die deutsche Strecke Köln-Aachen und die englische Strecke Becker-Lulein. Diese Strecken werden nach dem Release von Transom World 3 einzelne DLCs werden. Das bedeutet, diese Strecken können dann einzeln erworben werden. Spielerinnen und Spieler, welche Transom World 2 bereits besitzen, können natürlich auch diese Strecken kostenlos in Transom World 3 herunterladen. Eine Ausnahme bilden die DLCs NEC New York, M-Track SW1000R und CSX GP40-2. Dabei handelt es sich um eine amerikanische Strecke sowie zwei Fahrzeug-DLCs, welche noch für Transom World bzw. Transom World 2020 veröffentlicht wurden. Diese DLCs können in Transom World 3 nicht gespielt werden. Diese DLCs waren auch schon in Transom World 2 nicht spielbar. Hier gab es wohl technische Schwierigkeiten. Bezüglich der Ad unseren DLCs wird es auch bei einigen DLCs das neue Transom World Compatible Logo geben. Dieses wird nach dem Start von Transom World 3 in den Online-Shops und Stores eingeführt. Wenn ein DLC dieses Logo hat, so kann es beispielsweise für Transom World 2 gekauft werden und wird dann kostenlos auch in Transom World 3 übernommen werden. Das bedeutet, dieses DLC kann dann einmalig gekauft werden und ist dann in Transom World 2 bzw. Transom World 3 spielbar. Viele Spielerinnen und Spieler fragen sich auch, was ist denn, wenn zum Beispiel die englische Strecke South Eastern High Speed, die es ja auch für Transom World 2 gibt, sowie die englische Strecke Spirit of Steam bereits im Besitz ist. Beide Strecken sind ja auch in Transom World 3 Deluxe Edition enthalten. Und die englische South Eastern High Speed als verlängerte Version in der Standard Edition bzw. im UK Startup Pack. Entwickler Duftail Games wird Spielerinnen und Spieler, welche diese beiden Strecken besitzen, die erweiterten bzw. aktualisierten Versionen in Transom World 3 kostenlos zur Verfügung stellen. Jedoch wird es keine Rückerstattung geben für Spielerinnen und Spieler, welche sich nun bereits die Transom World 3 Standard Edition oder Deluxe Edition vorbestellt haben. Jedoch werden Spielerinnen und Spieler, welche sich beispielsweise das US Startup Pack von Transom World 3 oder das German Startup Pack kaufen und für die Vorgängerspiele beispielsweise die englische South Eastern High Speed Strecke und oder die Dampflokstrecke Spirit of Steam besitzen, werden diese beiden Strecken dann kostenlos in Transom World 3 bekommen. Also hier sollte beim Kauf oder der Vorbestellung von Transom World 3 ganz genau nachgeschaut werden, welche Strecken bereits im Besitz sind. Auch werden die DLCs in Transom World 3 nicht alle neuen Funktionen von Transom World 3 beinhalten. Es wird aber möglich sein, im Fahrplanmodus der alten DLCs die neuen Wetterbedingungen in Transom World 3 zu nutzen. Zum Beispiel das dynamische Wetter. Was ist eure Meinung zu den DLCs in Transom World 3? Freut ihr euch darüber, dass diese alten DLCs aus den Vorgängerspielen kostenlos übernommen werden können und auch in Transom World 3 gespielt werden können? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich danke euch wieder bis dahin fürs Zuschauen und fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mal am Start seid. Hab es dann eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise.